Lasst euch verzaubern von Disney's Cinemagic und drei magischen Tinkerbell-Filmen. Juhu! Drei außergewöhnliche Samstage. Wieso muss ich eine Tinker-Fee sein? Was? Drei zauberhafte Geschichten. Man hat mich auserwählt, das neue Herbstzept dazu machen. Drei fantastische Abenteuer. Dieser Glanz muss wieder ins Tal der Feen zurück. Feenzauber. Am 11. April auf Disney's Cinemagic. Am 11. April auf Disney's Cinemagic.